Lachos Battyrny von Nemetujwa war ein ungarischer Magnat, Graf und Herr der Herrschaft Eikawa, Schleining und Neuhaus sowie Erbobagespahn des Komitats Eisenburg sowie erster Ministerpräsident des Königreichs Ungarn, Leben. Lachos Battyrny stammte aus der alten und weit verzweigten ungarischen Adelsfamilie Battyrny, die als Magnaten, Grafen und Fürsten später zu den bedeutendsten Geschlechtern Österreichs und Ungarns gehörten. Er besuchte zunächst das Wiener Schottengymnasium, ergriff dann den Militärberuf, verließ 1827 Dekasekunden Militär und bewirtschaftete seine Güter. Gleichzeitig studierte er Jura und legte an der Zagreper Akademie die Prüfung ab. Ab 1830 nahm er als Mitglied der Magnatentafel an der Sitzung des Ungarischen Landtages in Pressburg teil. Am 4. Dezember 1834 vermählte er sich mit Antoni de Vangonko, geborene Zichi. In den Jahren 1832 bis 1836 war er schon bedeutendes Mitglied der Opposition. 1847 wurde er zum Vorsitzenden der Reformer gewählt. Als solcher kämpfte er entschlossen für die Rechte des ungarischen Volkes und um eine selbstständige Regierung und Verfassung. Er war aber kein Verfechter eines gewaltsamen Vorgehens. Sondern als gemäßigter Reformer wollte er durch planmäßiges Verhandeln mit der Wiener Regierung das Ziel erreichen. Seine Einstellung folgte mehr dem politischen Programm von Istvenz-Schechenyi als den Forderungen von Lachos-Kossut. Schechenyi warnte seine Landsleute vor den Folgen des Sprachnationalismus und einer Abtrennung von Österreich. Kossut war ein Revolutionär und bestand auf die Magiarisierung ethnischer Minderheiten. Nach Ausbruch der März-Revolutionen 1848 wurden König Ferdinand V. in Wien durch den Ungarischen Landtag in Pressburg die Wünsche der ungarischen Nation vorgelegt. Ungarn musste eine eigenständige Regierung zugestanden werden. Bad Tierney wurde am 22. März 1848 zum ersten ungarischen Ministerpräsident bestimmt. Nachdem die neue Regierung ihre Tätigkeit aufnahm, verschärfte sich die ungarische Revolution wegen zu hoch gesteckter nationaler Ansprüche. Im Zuge einer gleichzeitigen panslawistischen Gegenbewegung, die letztlich sogar eine Loslösung der slawischen Landesteile vom Königreich Ungarn anstrebte, kamen kroatische Truppen unter ihren Banos Jelesik dem Kaiser zu Hilfe und marschierten ab 9. September 1848 in Ungarn ein. Nach der Ermordung des Grafen Lamberg, des vom Kaiser neuernannten Militärkommandanten für Ungarn, wurde am 3. Oktober der Belagerungszustand über Ungarn verhängt. Um die Separationsbestrebungen Ungarns zu beenden, rückte Mitte Dezember 1848 eine kaiserliche Armee unter Graf Windisch-Greetz mit 90.000 Soldaten in Richtung Aufhofen vor. Am 3. Jänner 1849 begab sich Bad Tierney zusammen mit anderen Reichstagsdeputierten in das kaiserliche Hauptquartier nach Bitzke, wurde aber von Feldmarschall von Windisch-Greetz als Rebell tituliert und nicht mehr empfangen. Er verblieb die nächsten Tage in völliger Ruhe in Pest ohne die Möglichkeit zu benutzen, nach Debrechen zu entkommen. Am 8. Jänner wurde er aber im Palais des Grafen Karoli von den Kaiserlichen ergriffen und in Ofen in eine Kaserne eingesperrt. Im weiteren Verlauf des Unabhängigkeitskrieges kam den Österreichern Anfang Mai 1849 auch das zaristische Russland mit rund 150.000 Soldaten unter. Fürst Paskewitsch zur Hilfe, der gegnerischen Übermacht war die eingekesselte ungarische Armee nicht mehr lange gewachsen. Nach der Kapitulation von Villagos im August 1849 mussten Kosot und Arthur Gürgai mit 4.900 Offizieren und Soldaten ins Osmanische Reich fliehen. Bad Tierney huldigte sogar den neuen Kaiser Franz Josef I., um weiteres Blutvergießen zu beenden. Er blieb unter Hausarrest und wurde auf massives Betreiben des kaiserlichen Oberbefehlshabers in Ungarn, Baron Julius von Hainau. Am 6. Oktober 1849 in Pest erschossen, die Hinrichtung löste weltweite Empörung aus. Mit Bad Tierney fanden an jenem Tag noch weitere 13 Generäle den Tod. Der 6. Oktober 1849 gilt in Ungarn als nationaler Trauertag. Der Leichnam Bad Tierneys wurde nach einigen Tagen in der Krypta der Pester Franziskaner Kirche beigesetzt. Nach dem Ausgleich mit Österreich wurde er am 9. Juni 1870 in einem Mausoleum auf dem Keripesi Temeto feierlich bestattet. Am Ort seiner Hinrichtung brennt ein ewiges Licht zur Erinnerung an den ungarischen Märtyrer.